Na, auch nicht den kostenlosen Weg? Du weißt, wo drauf landet, ne? Ja, ha! Aufs Roll Roll Feld! Was mich ja nicht stört, ich bin ja woanders! Neiiiiiiin! Ich hab gesagt Roulette, nicht Roll Roll Feld! Spack! Fick dich, ey! Fick dich ganz wirklich, ne? Ich verliere Münzen! Ich verliere... Mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf! Oh! Sternentausch? Stern, 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 Stern! Hahaha, Donki hat... Glaub ich keine Sterne mehr, ne? Ja, eh keine! Ne, ich glaub ich komm, eh eh keine! Hm, so ein Pech euch beiden! Auf jeden Fall brauche ich ne Sekt! Aber die würfel ich eh nicht! Ne 10! Die nehme ich doch gerne! Bereits ne 5 würfel ich eh nicht! Ah, das muss... 1, 2, 2, 5 musst du machen! Du verlierst einen Stern, weißt du schon, ne? Ja! Aber ich glaub, danach verliert Yoshi einen Stern! Kleiner Cheater, du! Ja, da würdest du ja nicht irgendwie nett sein! Außer bist du dann Dritter! Wenn ich dir den klaue, dann bin ich trotzdem Zweiter! Ja, aber das ist doch total unfair! Mhm, total unfair, ist klar! Münzenklauer! Jaaaa! Hahaha, aussetzen! Bringt jetzt auch noch richtig viel! Jaaa! Komm! Mach's jetzt ne schöner 7! 1, 2, 3... Habe ich gesagt! Schafft die Zahl eh nicht mehr! Eieieiei! Und das war eh letzte Runde! Füllst du durcheinander Arscher! Kanoten! Oh nein! Für die meisten Münzen werde ich einen Stern kriegen! Ja, einen kriegste ne? Glaub ich, bei 100 kriegste einen! Ja! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Eben, halt noch ein bisschen was im Hintergrund gehört! Achso, ich spiel' die ganze Zeit mit meinen Socken rum hier! Oh, wenn die Kanone trifft, ne, dann tut das voll weh wieder! Oh oh! Hey! Du! Du, 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 du... Ich bin jetzt plus 5, und hoffentlich ... Ja, da hat nicht nur eine! Hey! 10! 10! iii... Übertreid mal... Ja, übertreib mal 109... Spiele ich gern? hm-m fast rein extra und den münnstern ja du hast insgesamt am meisten münnsten ja noch mal sieben das fehlt nicht wie viel du jetzt hast sondern wie viel du am meisten hattest na guck mal bekommst du auch noch einen guckst du dann auf den zweiten ich bin der number one was mag man auf diesem feld passiert also nicht natürlich auch ein riesen stern schwein eine truhe nachher können übernommen goldenen bananas ja guck mal wenigstens preis die goldene banane ich habe jetzt keine goldene banane guck mal wir müssen uns gleich noch mal die liste angucken ja mit den fädern und so ich bin zweiter durch meine münzen weiter oder genau ich mache schon genau ja 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 was ist das denn hier die menge eine große menge blauen felder drei mal vier mal ein bekommen können 2 0 2 ja gut dass seine mini spiele 12 ja das ist die kasse jetzt gibt es da eine verdoppelungskasse war das flackert ja genau wie viele sterne jetzt acht oder neuner vom computer nicht ja gut aber wir hatten ja schon auch schon so viele ja gut dass sie nicht am emulator man muss meinen shopping ja wollte ich auch gerade reingehen in den shop und gucken wie viel dieser minzer doppler kostet plus block minus block der gegenscheit erscheint zufällig okay verliert man das ist diese unternehmen ist der blog 300 aber kaufen nein wird verdoppelt macht das andere zehn prozent kriegen wir mehr an münzen okay machen wir mal aber so schlimm ist das nicht was kosten denn die anderen sagen ja sicher auf jeden fall würde ich auch machen wer da oben war noch ein blog ich glaube man muss auch noch speichern kann das sein in der bank in der bank oben bei tot oder weißt nicht wo muss aber du musst trotzdem gleich noch mal in die bank nichts danke alter was los mit dir du kannst zur seite noch bewegen ich gebe die ausgabe die ausgabe ich gebe die ausgabe die sterne münzen hier kannst du gegenstände bei mir lagern oder abholen doch manchmal glaubt du musst den gegenstand auch erst mal mitnehmen den da ja du musst das mal auswählen haben wir das auch schon mal gemacht statt 40 gibt es dann einfach 44 weil ich kann jetzt nochmal start drücken ja man kann man auch nehmen ja das geht zu mir insel ja ich kann das bloß ja ich kann noch zum kummer das war für zwischendurch keine ahnung computer naja kann man vielleicht auswählen kann man bestimmt aussehen naja das will ich jetzt nicht machen nein tschüss habe ich gesagt kann ich hier start drücken ich weiß nicht was ich drücken kann startfeld speichert ein spiel oder geht es gleich denn ist das ja ja ist das ja speichern nach ja genau machen wir das so kommen aber doch wenig speichert option ich glaube das ist jetzt nicht bewusst gespeichert ja dann ist es schon gespeichert na gut leute aber damit würden wir sagen wir hoffen euch hat das bis jetzt alles gefallen und ja wo das noch mal ein mini spiel haus oder was nö ich wollte nicht nicht besonders und damit würden wir sagen bis zum nächsten mal bei mario party 1 mit dem flash mit centus dem verrückten tschüss bis zum nächsten mal 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 bis Untertitelung des ZDF, 2020